Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Gleichstellung und Erwerbsarbeit Die Gleichstellung von Frau und Mann und das Recht auf gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit sind in der Bundesverfassung verankert. Mit dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, Gleichstellungsgesetz GLG, wird diese Verfassungsbestimmung umgesetzt. Das Gleichstellungsgesetz verbietet es, jemanden in der Arbeitswelt aufgrund seines Geschlechts oder seiner Geschlechtsidentität zu benachteiligen. In Bezug auf die Frage, ob auch Benachteiligungen aufgrund der sexuellen Orientierung unter das GLG fallen, besteht zurzeit noch keine einheitliche Meinung unter den juristischen Fachpersonen. Das Diskriminierungsverbot gilt für die Anstellung, die Aufgabenzuteilung und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, für den Lohn, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz fällt unter das Gleichstellungsgesetz. Die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann bietet kostenlose Erstberatungen für Privatpersonen und Betriebe zu gleichstellungsrelevanten Themen an und wird sie, falls nötig, an entsprechende Institutionen weiterleiten. Sie finden die Kontaktangaben der Fachstelle in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. In diesem Video wird auf verschiedene Themen, die für die Gleichstellung in der Erwerbsarbeit wichtig sind, eingegangen. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist seit 1981 in der Bundesverfassung verankert. Dennoch verdienen Frauen im Durchschnitt immer noch fast 20% weniger als Männer, Stand 2018. Haben Sie das Gefühl, Ihr Lohn ist im Vergleich zum Lohn Ihrer KollegInnen ungerechtfertigt tief? Überprüfen Sie Ihren Lohn mit dem Lohnrechner Salarium. Sie finden den Link unter diesem Video. Haben Sie weiterhin den Verdacht, diskriminiert zu werden? Nehmen Sie eine kostenlose Rechtsberatung bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland des Kantons Bern oder eine Beratung bei unserer Fachstelle in Anspruch. Sie finden die Kontaktmöglichkeit der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland unter diesem Video. Sie erreichen die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Vereinbarkeit Beruf und Care-Arbeit Care-Arbeit umfasst die bezahlte und unbezahlte Betreuungspflege und Hausarbeit für Kinder- und betreuungsbedürftige Erwachsene. Sie ist eine unentbehrliche gesellschaftliche Aufgabe. Care-Aufgaben fallen in allen Lebensphasen an. Die Entscheidung über die Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit ist eine Weichenstellung mit Folgen. Sie beeinflusst die Karrierechancen und die Altersvorsorge der beteiligten Personen. Die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann bietet auch zu diesem Thema kostenlose Erstberatungen für Privatpersonen und Betriebe an und wird sie, falls nötig, an entsprechende Institutionen weiterleiten. Zudem gibt es bei der Mütter-Väter-Beratung des Kantons Bern ein von der Stadt Bern finanziertes Beratungsangebot für Rechtsauskünfte zu Vereinbarkeitsfragen. Den Link auf das Beratungsangebot finden Sie unter diesem Video. Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen ermöglichen den Eltern, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Mehr dazu finden Sie im Gebärdensprachvideo zum Thema Kinderbetreuung in der Stadt Bern. Sie finden den Link zum Video unter diesem Video. Angehörigenpflege Wer Hilfe oder Entlastung für sich oder Angehörige benötigt, findet im Link unter diesem Video relevante Informationen und Links auf Angebote in der Stadt Bern. Der aktuelle Flyer Informationen zur Anstellung von Personen für die Betreuung zu Hause zeigt verschiedene Betreuungsarten auf und erläutert, was dabei zu beachten ist. Sie finden den Link zum Flyer unter diesem Video. Falls Sie selbst bei einer betagten Person in der Schweiz arbeiten und wohnen oder Sie eine ausländische Person für die Betreuung zu Hause beschäftigen und Fragen dazu haben, finden Sie auf der Plattform CARE-Info weitere Informationen. Den Link zur CARE-Info finden Sie unter diesem Video. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Sexuelle Belästigung bezeichnet jedes Verhalten mit sexuellem Bezug, das von einer Seite unerwünscht ist und das eine Person in ihrer Würde verletzt. Zum Beispiel anzügliche Bemerkungen und sexistische Witze, unerwünschte Körperkontakte und Berührungen, Annäherungsversuche und Druckausübung, um ein Entgegenkommen sexueller Art zu erlangen, oft verbunden mit dem Versprechen von Vorteilen und dem Androhen von Nachteilen, Vorzeigen, Aufhängen, Auflegen und Übermitteln von Material mit pornografischem Inhalt oder sexuellem Bezug, auch elektronisch. Bei sexueller Belästigung ist ausschlaggebend, dass eine Person dieses Verhalten nicht erwünscht. Nicht ausschlaggebend ist die Absicht der belästigenden Person. Die Belästigung kann sich während der Arbeit, bei Betriebsanlässen oder in der Freizeit ereignen. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in der Schweiz immer noch eine Realität. Das Gleichstellungsgesetz verbietet sexuelle Belästigung und verpflichtet Arbeitgebende dazu, die Arbeitnehmenden in angemessener Weise vor sexueller Belästigung zu schützen. Falls Sie sexuelle Belästigung erleben, erlebt haben oder diese beobachten, melden Sie sich bei unserer Fachstelle. Sie erreichen die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box zuständiger Stelle neben oder unter diesen Videos. Wir behandeln Ihre Anfrage vertraulich und zeigen Ihnen die weiteren Handlungsmöglichkeiten auf. Kinder und Jugendliche können aus einer Vielzahl an Spielmöglichkeiten, Freizeitangeboten und Berufen auswählen. Durch stereotype Vorstellungen von typisch weiblichen oder typisch männlichen Verhaltensweisen, Spielangeboten und Berufsperspektiven werden diese Möglichkeiten unnötigerweise eingeschränkt. Die Fachstelle unterstützt Projekte und Bildungsangebote, die zum Ziel haben, Geschlechterstereotype abzubauen. Kinder und Jugendliche werden darin bestärkt, die Wahl ihrer Spiele, Freizeitbeschäftigung und ihre Berufswahl gestützt auf ihre Interessen und Begabungen zu treffen und ihr Potenzial nicht durch einengende Vorstellungen einschränken zu lassen. Beispiele für solche Projekte sind eine Materialsammlung für Fachpersonen aus dem Frühbereich, der Nationale Zukunftstag oder Profil Plus. Sie finden dazu ebenfalls Informationen bei der Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann. Sie erreichen die Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern telefonisch oder über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesen Videos. Sie finden diese Informationen, wie die glitter sind und wir über das Kontaktformular. Sie finden diese Informationen in die Geschichte aus der Schweiz. Sie finden diese Informationen, wie die Zahnheim, die Aktuellen von Frau und Mann,